Hi Leute! Wir sind wieder zurück in Wobbly Live in Arcade World. Ja, ich habe meine super Läuferhose angezogen, meine Haihose. Weil wir machen jetzt zwei neue Strecken bei Wobbly Run. Wir testen zwei neue Strecken aus und noch einmal Heiden Sieg. Genau, aber das machen wir beim nächsten Mal dann. Jetzt machen wir erstmal zwei Mal Wobbly Run. Schauen uns zwei neue Strecken an und diesmal ohne Gnade. Diesmal ist wer am schnellsten im Ziel ist, hat gewonnen. Hier ist jetzt meine Haihose. Wem unsere Videos gefallen, der kann gerne liken und abonnieren. Das freut uns immer riesig. Ja, ich sollte schon die Map auswählen. Ja, kannst du machen. Ich gehe schon mal vor. Ich stelle mich schon mal drauf. Und ich bin bereit. Aber nicht schon eine, die wo wir mal... Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die schaut schon wieder so aus. Aber wenigstens keine Boxhandschuhe. Wer es im letzten Video gesehen hat, ich bin nicht so der Fan von den Boxhandschuhen. Die kicken mich immer runter. Aber heute... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hammer und Boxhandschuhe war da. Okay! Oh, siehst du das da? Kann losgehen, kann losgehen! Ohne Gnade, ohne... Da, am Ende kommen Boxhandschuhe. Oh nein! Was ist das? Ja, ich habe schon gesehen, da kommen Boxhandschuhe. Am Ende... Am Ende kommen Boxhandschuhe und... Ähm... Äh... Sch... Hammer! Beides gleichzeitig! Gott! Nein! Oh, oh, ich habe... Ich bin durch! Ich bin durch! Ja! Und an die Boxhandschuhe vorbei! Oh, ich mach dich heute so fertig! Ich mach dich so fertig! Nein, nein! Heute bin ich der Profi! Nein! 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 Du machst mich nicht fertig! Doch, ich mach dich heute so fertig! Ohne Gnade! Oh mein Gott, was wirst du nicht schaffen hier bei mir! Bist du schon wieder so weit? Wie bist du so weit? Keine Ahnung, weil ich einfach dein Profi bin! Nein! 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 Verdammt! Ich wollte nur kurz gucken... Ich habe kurz nach unten geguckt... Ich wollte nur kurz gucken, wie weit du warst! Ja, ja... Aua! Oh, ich bin mein dritten oder vierten Stern! Okay! 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 An dem Hammer wieder vorbei! Ja! Mann! Ja, schnappig! Oh, heute bin ich gut! Heute bin ich gut! Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es quetscht mich hier überall durch! Ja! 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 Oh! Wer ist im Ziel? Wer ist im Ziel? Wer ist heute der Gewinner? Kabuum! Heute war ich schon der Gewinner! Oh! Bist du niedergeschlagen! Nein! 23 Sekunden noch für dich! Ja, na du im Ziel gegangen bist! Wieso hast du nicht auf mich gewartet? Weil wir gesagt haben, heute ohne Gnade! Heute machen wir... Wer als Erster drin ist, ist als Erster drin! Achtung! Hammer! Oh! Vier! Drei! Zwei! Eins! Katsching! Winner! Winner! Ich habe gar keine Rede vorbereitet! Oh mein Gott! Hätte ich gewusst, dass ich heute gewinne, hätte ich eine Rede vorbereitet! Ja! Ja! Nächste Runde! Schauen wir mal! Soll ich schon mal eine Rede vorbereiten? Sag! Hallo! Nein! Ja! Okay! Kann ich schon mal... Ja! Bereitest du eine Rede vor? Ja! Du auch! Ich bereite schon mal eine Rede vor! Soll ich... Let's go next to the map? Ja! Da war ich jetzt zu gut einfach auf der Map! Das ist mein Haischwanzhose! Die hat mir so den Schub gegeben! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Das wirst du nicht schaffen! So Leute! Ganz schnell auf Abonnieren! Drücken! Und drücken! Und drücken! Und schlafen! Oh nein! Oh nein! Meine Schwachstelle! Meine Schwachstelle! Und es geht los! Los geht's! Tching 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 tching! Okay okay okay! Komm doch! Geh nach vorne! Nee nee nee! Ich bin durch! Ja! Okay! Wo muss ich jetzt hin? Hier... Hier... Hier sitzen halt... Nein! Da bin ich doch nicht so gut! Oh nein 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 nein! Da muss ich einfach nur festhalten ne! Ja aber ich mag das nicht wenn das so hoch geht immer! Ich hab... Ach ne! Ich bin tot! Krieg da immer so schwitzige Hände! Okay 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 okay! Okay okay okay! Okay okay! Ich arbeite schon mal an meiner Rede! Nein! Ich bin auch! Oh warte! Nein! Ich war schon durch! Ja du musstest auch wieder am Anfang starten ne! Nee! Ich war schon... Ich war hier bei den... War es wieder ganz am Anfang? Ja! Oh nein! Diese blöden Boxhandschuhe! Lass mich jetzt durch! Nein! Ich war hier bei den ersten Sternen! Ich war hier bei den ersten Sternen! Nein! Ich war hier bei den ersten Sternen! Ich hab doch schon an meiner Rede gearbeitet! Aha! Du bist halt gar nicht der... Nein! Was war das? Nein! Was war das? Jetzt muss ich aber ganz schön aufholen! Hops! Halt! Du bist mich aber nicht! Okay okay okay! Ich hab schon lange geübt! Ich hab die im Obi schon geübt! Aha! Ich nicht! Okay! Hier am Rand hängen! Habe ich schon! Die beste Methode! Und dann hier hinhängen! Okay okay okay! Aua! Ich bin wieder hier! Okay okay okay! Diesmal nicht! Diesmal nicht! Ja! Autsch! Man wurde abgegrägt! Nein! Falsche Seite! Falsche Seite! Kann ich da weiter hängen bleiben? Ich bleib einfach mal hängen! Nein! Ich kann da nicht hängen bleiben! Na toll! Okay! Hier drüben festhalten! Und... Jump! Okay okay okay! Diesmal nicht! Diesmal nicht! Nein! Nein! Ich häng hier fest! Nein! Hm! Ich glaube... Ich werde hier gewinnen! Nee! Ich habe nämlich schon eine Rede vorbereitet! Ich gewinne! Wir müssen dann gleich machen! Wir müssen ja... Ich werde dich so einholen! Der Wind! Nein! Wieso? Ich war... Mann! Ich leg's mir nicht! Guck mal wie weit... Wie weit ich bin! Ich habe schon gesehen! Aber das ist... Das heißt noch gar nichts! Wenn du runterfällst, kann ich dich noch einholen! Diese blöden Boxhandschuhe! Ich habe schon... Ich habe schon 10 Checkpoints! Okay! Muss ich... Ich sehe das Ziel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo muss ich ihn hin? In das Loch rein? Oder was? Nee! Oh mein Gott! 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 Ich muss ein bisschen zurück! Guck mal wie weit ich bin! Ich bin gleich da! Ich bin gleich... Oh nein! Boxhandschuhe! Du bist nicht gleich da! Nein! Nein! Okay! Okay! Oh! Ich bin durchgekommen! Einfach ohne sterben! Eins, zwei, drei! Oh mein Gott! Oh nein! Haha! Nein! Nein, nein, nein! Ich häng fest! Wo bin ich? Ich häng fest! Nein! Nein! Bist du schon im Ziel? Ja! Papa! Oh Mann! Nein! Jetzt noch 60 Sekunden legen an! Du wirst es nicht schaffen! Du wirst die Treppe runterfallen! Welche Treppe? Nein! Sieben Sekunden! Na wenn du... Nein! Oh Gott! Ich hänge! Kein Problem! Kein Problem! Mann! Da wirst du gleich runterfallen! Tschüss! Mann! Ja okay! Gewinner! Dann müssen wir jetzt noch eine machen! Und dann schauen wir wer bester ist! Okay? Das ist jetzt Entscheidungsrennen! Ja! Und Entscheidungsrennen! Genau! Wer jetzt gewinnt... Wenn ich gewinne, dann darf ich entscheiden, wie viele Heiden Sieglohn wir machen! Okay? Okay! Und wenn ich gewinne, machen wir gar keine mehr! Nein! Spaß! Okay! Such noch eine neue... Nur eine Heiden! Nur eine Heiden! Okay! Such eine mehr Paus! Was wirst du für mich schaffen? Oder nicht! Während er wieder aussucht, können die Leute ganz schnell auf Abonnieren klicken! Wir brauchen immer noch ganz viele Abonnenten, gell? Oh! Beachball Bash! Oh! Schauen wir mal! Und wir brauchen noch viel mehr Likes! Und viel mehr Kommentare wollen wir, gell? Let's go! Genau! Schreibt's gerne in die Kommentare, was wir noch machen können! Ob wir noch was neues austesten sollen! Ja! Und Hichidu kann auch was mitschreiben! Hichidu kann auch wieder schreiben! Oh! Ah! Papa! Wir sind jetzt geglennt! Eine muss den Weg nehmen und eine muss den Weg nehmen! Okay! Wir sind heute geglennt! Aber wir haben das gleiche Internet! Ja passt ja! Für Entscheidungs... Oh nein! Du hast ein anderes Internet! Ja, ich merk's grad! Wow! Ich bin... Ich bin tot! Entscheidungslernen, Entscheidungslernen! Aber weißt du wie ich da... Wie ich da rüberkomme? Wenn ich an die Seite und dann springe an die Seite! Oh! Wenn ich an die Seite springe, dann schaffe ich... Äh... Oh! Nein! Aber ich bin nicht runtergefallen! Ich bin nicht runtergefallen! Uäh! Uäh! Nein! Wie soll ich da... Aaaaaann... Uäh! Wie soll ich da durchkommen?! Okay... Ouh... Nein! Nein! Ne-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein! Man, nein... Okay... Nein! Ja! Okay, okay! Erster ist gestoppt! Leens los! Gertas! Ja! Oh! oh mein Gott... Oh mein Gott! Oh mein Gott... angst bei mir okay ich bin hinter dir ich komme auf den stern okay 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 ich bin auch ein checkpoint hey bist du jetzt meinen weg gegangen jetzt musst du meinen weg nehmen und nein aber der ist eklig deiner nein war es schwierig nein 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 wie konntest du gewinnen nein der blöde ball hat mich erwischt einfach von hinten ja gerettet du musst auch hier wenn die wenn die nein du schaffst es nicht ja nee schau mal und schon wieder ballen arsch gekriegt ganz ehrlich ist es mies okay du bist der gewinner ja tschüss wir machen okay leute wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ein abo und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.